Der Gewinner, das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, das HZB-Zukunftslogbuch mit Hoppenhaus und Grunze-Medien. Herzlichen Glückwunsch! Das HZB-Logbuch stellt die spannendsten Zukunftsprojekte des Helmholtz-Zentrums vor. Die stetig steigenden Klickzahlen und das große Interesse in der Wissenschafts-Community zeigen, dass sich Projekte und Plattformen ergänzen und ein lebendiges Bild der Aktivitäten kreiert wurde. Herzlichen Glückwunsch! Was ist Ihr Lieblings-Zukunftsprojekt des Helmholtz-Zentrums? Bessi VSR. Wie? Können Sie das für Gesellschaftswissenschaftler erklären? Wir machen aus dem Synchrotonring, der jetzt schon in Adlershof steht, einen variablen Synchrotonring. Hammer! Hammer! Das ist preiswürdig, meine Damen und Herren, das HZB-Zukunftslogbuch. Herzlichen Glückwunsch! Berlin Rules, bitte auf die Fotoposition. Großartig! Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank!